Freistrattbälle! Freistrattbälle nach vorne weg! Du wolltest die Arme vorlesen! Geh eure Arme vorlesen! Geh eure Arme vorlesen! Aufmerksamkeit von Kapitel 86 findet sich ein Mierkeimisch von HFC Leipzig gegen die Warnung von Ernst von Herrn Borg. Ich bereite zuvor Kastja Morser vom Roten Stern gegen Jordan Jules von SKL. Geh eure Arme vorlesen! Geh eure Arme vorlesen! Geh eure Arme vorlesen! Ich bin nicht dankbar! Geh eure Arme vorlesen! Vielen Dank.